Ja, um auch die Perspektive zu checken hier. Juuuuhhhh Cool, ich hab nichts... Doch da fliegst du! Uuuuhhhh Super geil! Ehhhhh Und irgendwer hat noch den Pätschinger Achso. Das ist doch lecker. Oh, mich hat jemand abgeschossen. Was ist denn das Lieblings Eis von Gröns? Mein Lieblings Eis? Ich glaube, es ist Ed von Schleck. Mhm. Weil Ed von Schleck immer Kindheitsgefühle weckt. Und beim Tobi? Oh Gott, das hört sich falsch an. Ich war doch so jung damals, als Ed von Schleck mich in seinen Eiswagen rief. Alles einsteigende Kinder! Willst du einen richtigen Hasen sehen? Willst du dir ein Konnetto verdienen? Wir können doch ein Sandwich alles machen! Und, bitte was? Das ist auf jeden Fall eine spannende Folge heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, gut, dass du es angemerkt hast. So spannend wie das Leben von Roberto Blanco. Ey cool, das war mal meine Hau und so. Das ist inzwischen ziemlich spannend. Der ist doch insolvent gerade, ne? Ey geil, danke Tobi. Da hat die Emma für ihn bestimmt Klamotten bestellt. Geil. Ups! Deswegen hältst du die Fresse. Ach wie Tobi. Alter! Alter! Ey! So kurz trocken, Alter! Der ist mir voll ins Rohr gelaufen, als ich den Jet abknallen wollte. Das ist unmöglich. Dann springt der mir einfach voll in die Flinte rein. Der läuft da so lang und ab 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 und ab. Oh, wer landet denn da? Ey Berlin landet er gerade. Yeah! Ich würde ja sagen, deine Mutter hat dir den Jet sofort verkauft. Auf Raten. Bei Otto. Ey Jungs, ganz ehrlich. Oh, 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 oh. Oh nein! Oh nein! Es tut mir jetzt leid. Aber ich bin erfolgreich gelandet. Voll gezielt. So, perfekt. Jetzt müssen die Flieger Arsch an Arsch. Arsch an Arsch, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Wer läuft denn da so lässig? Ey Tobi, lass mal anfassen. Mie, mie. Der Gildo hat dich lieb. Mie, mie. Alter! Nein, ich wollte eigentlich... Ich wollte auch mal. Und macht Spaß, ne? Ja, total geil. Oh, schön, einfach schön. Ja, warte, ich schnapp mir gerade einen Polizeiwagen und renne damit durch. Okay, Vollgas. Willst du heiraten oder was? Jaja, die Polizistin war hot. Ich dachte in den Wagen. Oh mein Gott. Und Jerry, ich liebe deine Auspuffrohr. Ich komme, ich komme! Du hast noch keinen Stirn. Seine Fame-Rate. Alter! Du Drecksack! Was? Was denn? Dass wir ja ein bisschen vorschlägen. Du du, du 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 du... Oh, 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 alter... Alter, alter, alter! O wig, alter, alter. Alter, alter, alter. Aber der funktioniert noch, oder? Ich park eben ein, warte. Mit einem Breakdance-Move. Schön auf dem Gleisen. Alter, ich stehe im Helikopter drin. Nein! Wie geil. Hinter uns. Vielleicht will die ja mitfliegen. Was macht der Curry da? Okay, Tobi, dann mal los. Okay, Leute, wir kommen. Das A-Team kommt. Das A-Team. Das wäre geil, was hier zum Abschluss ist, der Gronkh muss mit dem Kipp-Avster den Serrazer treffen. Das krieg ich nicht hin, ich kann der Luft ja nicht steuern. Warum? Wie, warum? Weil da kein Profil ist. Der Tobi wollte eigentlich die Folge mit My Horde will go on beginnen. My Horde? My Kinder Horde? Oder was? My Horde. My Horde. Der kleine Jeremy möchte abgeholt werden. My Horde will go on. Na, du steigst um halb vier auf L2L, ey. Ne, fünf Euro auf YouTube, Alter. Ach, geil. Entschuldigung. Ja, genau. Slay Massive, get Massive, was? Alter! Genau so ist es. Wat'n Rohr, was denn? Alter! Ey! Was hab ich hier getan? Das war ein Witz. Alter, das sah super aus. Da darfst du auch keinen Schmerz machen bei den Alchemisten. Der Räuber, den Reshy geschickt hat, war erfolgreich, aber Heidel hat kein Geld. Oh, nee. Wo war der? Wo war der Benni? Der fährt irgendwo hier im Polizeiauto rum, oder? Bei Benni! Oh, Gott. Das warst du. Ja, ja, ja. Das warst du. So low einfach. Oh, scheiße. Jawoll. Super. Benni, ey. Was war da los, Alter? Was war immer noch? Was denn? Er ist einfach so auf den Boden geklatscht. Von so einem Zaun, weil der Dennis nicht getroffen hat. Ich hab auch mal tatsächlich eine Kuh in GTA Online schon gegründet. Ich bin mein bester Freund, heißt die. Ich bin ja der Hammer, Alter. Du hast eine Kuh in GTA Online gegründet. Schreib's in deine Bewerbung. Ronk hat ihnen eine Nachricht gesendet. Was? Kündigung. Du Fidgar. Was? Alter, was warst du gesehen? Ich hab's schriftlich. Was sagst du denn hier für Worte? Ey, das ist ja rechtswirksam. Heideltraut. Der ist ja immer noch da. Alter, was warst du denn? Alter Schwede. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Im Zweifelsfall war es immer Dennis. Immer. Der am lautesten Bild hatte. Ich bin schießen. Wie ich den Wolle weggeschoben habe. Weil ich wollte der Tod auf mich drauf. Wer bumst mich denn da jetzt an? Ach, Heideltraut. Das gibt zwei Punkte. Du kannst doch durchs Fernrohr gucken, Alter. Was ist das denn für eine Anmache? Ja, das war nicht ganz unbeabsichtigt. Ja, guck dir mal diese Hackfresse hier an. Also nicht diese. Niki, komm rüber. Was hörst du denn so schön, nicht? Was? Ich hör dich nicht. Die Musik ist so gut. Ach, super. Ach, die Reshi, natürlich. Reshi ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So, mit den breiten Beinen. Guck mal, wir sind alle gekommen. Ja, natürlich. So. Jetzt weiter. Oh, Mann. Diese Lasergurke. Boah, Alter, die Notkeilen. Die sind alle da rumstehen. Das ist ja unfassbar. Kaum ist ein lackter Arsch im Apartment. Alter, was machen die denn da? Bukaku, oder? Die sind schön zu dritt, einfach. Wie leise er es sagt, so, weißt du? Also ich habe ja früher schon im Vietnam gedient. Ihr nicht? Gedient? Ähm, im Restaurant, oder was? Tobi, die geile Kellnerin. Ne, pass auf, der Ameisen darf in die Crew, wenn er Dennis immer erledigt. Ey. Ja, geil, geil, geiler Plan. Ey, nein. Der Richi hat gerade geschiehen, er hat keine Fahrkarte gemerkt. Ach, das erinnert mich an unsere letzte Klassenfahrt. Da wurden wir deportiert. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an meine Abschlussfahrt nach Prag, wo wir dann auf der Autobahn umdrehen mussten, weil der Bus unter den Brücken nicht langkam. Ach du Scheiße. Das war ähnlich actionhaltig. Warum nicht? Wird das spannend? Ich weiß nicht, da fahren wir einfach... Was macht denn da? Was macht ihr denn da? Hörst, Ameisen 23? Ey, Tobi, doch geiler, ey. Das war schick. Tobi, ey, du wolltest noch. Hast sogar den Bus auf Ameisen geschmissen. Ich fall doch da wieder runter. Ich auch. Ich fall jetzt schon runter. Ich seh's schon kommen. Boah. Alter, du schubst mich. Ich schubst gar nicht. Das war der Arsch. Mach den lieber. Boah. Natürlich, ich wusste es. Ich wusste es. War so... War so mal. Ja, natürlich. Der andere ist hinterher gesprungen. Hä, wo seid ihr denn jetzt? Boah. Was passiert? Bist du runtergefallen? Natürlich bist du runtergefallen. Was noch sonst? Aber so behindert. Auf dem letzten Zentimeter. Ey, welchen Steg seid ihr denn bitte? Wir sind gerade... Nicht auf dem Steg, wir sind auf diesem Häuschen da. Wow, fuck it. Alter, ich verziehe immer das... Ey, dieses Steuerkreuz ist auch so scheiße beim Gamepad. Das sah so beschissen aus. Die Schatten kommen dann, du bist schon viel zu hoch. Warte... Ah! Curry, Currywurst! Currywurst, ich war noch so jung. Alter, mein... Der ist schon wieder doof, der Ampelmann. Der Wale springt in den Freitod. Alter, wie oft ich jetzt schon... Er wusste nicht, wo bin ich, ne? Oh, nach Frisur. Wo bist du denn an der Küste? Ich bin jetzt bei der... Ich bin jetzt bei der Küste. Ich geb's auf, ich geb's auf. Aber wie, guck dir das nicht... Das ist ja unfassbar. Der ist jetzt viermal in dieser Folge geschoben. So, wo ist denn der Gronkh jetzt? Ich bin hier... Das ist die super Challenge. Was denn? Tobi, ich will mal versuchen, dich wegzuhauen. Warte mal. Ja, mach doch kurz. Ich stell mich ja an den Rand. Wale, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Warte. Ihr müsst einfach mich mal in diese Hänge stellen. Der Heli ist teilweise echt schnell. Ich muss halt einfach mal darunter gehen, bei diesen Supersteinen hängen. Alter. Und dann komm ich mal zu euch. Boah! Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Ich seh noch die Überreste. Ich fress meinen Bart! Wo sind die jetzt alle? Wieso hängen die alle hier hinten rum? Wieso voll die Gangster? Alter, ich schieße doch nicht. Alter! Äh... Kleiner Sprass. Was macht das denn? Äh, was kommt da dran? Musik Bis zum nächsten Mal.